Ich bin gerade wieder gekommen, aber es geht nicht. Genau. Ich werde jetzt nur mal ein bisschen lügen. Ich habe schon Montag Dienst gesagt. Ja, und? Die zwei Tage, meine ich habe zweieinhalb Wochen, du Arschloch. Du Harts. Nur weil ich voll bin. Weil du ein Arsch bist. Hä? Ja, moin. Ah. Ja, war gut. Irgendeine Sau ist da reingezogen. Weiß ich doch nicht mehr. Wo ist das Auto? Da wo du nicht bist. Ich geb dir gleich da wo ich bin. Ja, Mann, lauf doch endlich mal. Wir gehen nachher noch unter links, gell? Ja, machen wir. Mach mal wirklich. Ich werde dich hier mit deinen Leuten unterhalten, wenn du gerade hier sitzt. Ich werde dich mit anderen unterhalten. Ich werde dich mit anderen unterhalten. Vielleicht. Ich werde dich mit anderen unterhalten, wenn du gerade hier sitzt und uns hier unterhalten können. Das sind ReLive-Personen. Wollen wir reden? Ey, du hast Auto da vor uns. Nein. Er hat auch Yoda vor uns. Ich hab wohl du. Hast doch Bibi vor uns. Boi. 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 Ja, hol doch einen rein hier, los. Ich auch hier. Nein. Passt nicht. Na mach doch. Das ist aber Knoblauch. Das ist aber Knoblauch. Kroch. Gittigittigittigitt. Du stinkst. Du bist voll. Noch nicht. Wir hätten das heute eh auf YouTube, du Arsch. Ja, nee. Es ist hässlich. Ja, du auch. Es kommt auf YouTube, Junge. Ich weiß, Anmeldung. Anmeldung. Ich weiß wieder, das beräumen wir wieder. Ja. Das beräumen wir wieder. Später auf jeden Fall. So wie deinem Video. Ich dachte nur, ich hab das angeguckt. Ich dachte, gut, aber... Hast du nicht. Ist es erlaubt? Du kriegst doch die Fresse. Ein Horn. Ein Horn Power. Das trinkt dich. Wer hat doch schon besoffen gesagt? Ja, du bist besoffen. Du bist besoffen. Los, leg einen. Ja, gib mir einen. Ja, wo hast du denn Bier? Hier ist doch noch Fehl. Du Arsch. Ich hab hier. Da. Bier. Ich weiß nicht. Äh. Der rülpst die ganze Zeit das Arsch drauf. Nee, das gibt's nicht. Kommt die Luft her. Guck mal. Ich hab Kluftkräfte. Nein. Läuft bei dir, wa? Jo. Läuft immer. Ja. Ja, ja. 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 Das ist der Rest vom... Es ist aber nur ein Alkohol. Das ist der Rest vom... Das ist der Rest vom Meht, der... ... der ihm eingeschenkt wurde. Ja. Er wollte auch was vom Mäh, hat aber jetzt gar keinen bekommen. Ich kann dir was abgeben. Nimm dir einen Becher oder so. FUXI! Da ist auch Mäh drin. Kannst du trinken, wenn du möchtest. Ja, nicht so. Nimm ihn in den Mund! Mit Sack! Junge, Fick dich, mach das aus! Wolfgang Petri! Wolfgang Petri! Wolfgang Petri! Wolfgang... Den Stick hab ich gesagt. Er machte sich alles Arschloch. So wie der Papa. Geh der! Hier geht's voll ab. Der dünner Fuß. Das ist ja der vollste. Der vollste überhaupt hier. Du bist voll. Du bist voll. Deine Mutter ist voll. Der ist voll voll. Da hinten ist der vollste in der Gruppe hier. Der ist geil. Jetzt hab ich einen harten. Der schreit so. Der schreit so. Ja. Der leuchtet schon. Warumst du das nicht? Jau! Ja. 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 Ich bin auch drin. Aber ich komme nicht. Da hinten ist voll. Ja. Ja. Da hinten ist voll. Ja. 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 Das heißt, dein YouTube-Kanal. Knuspriger Washi. Sag mir das morgen noch mal. Ja. Vergess dich eh. Ja, sag ich dir morgen immer. Kein Problem. Vergess dich sowieso. Ja. 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 Der ist noch im Friedhof. Ja. Maschi. Ja. Das sind Nachbarn, die hast A.K. Alkohol! Finkt euch! Ja! Aua! 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 Geil! Aua! 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 Warum ist das überhaupt verboten? Keine Ahnung! Mach das nicht! Ich hab das nie verstanden warum! Ich wisse es auch nicht! Ist ja nichts Schlimmes! Naja, eigentlich nicht! Außer dass es nervig ist! Ja! Das ist doch ungerecht! Aua! 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 Tomaten? Fröste Tomaten! Tomakos? Tomakos! Ja genau! Aua! Aua! Hurra! Du bist haltest du? Aua! 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 Finkt euch! Ich hab Tourétt! Alkohol! Ich hab Tourétt! Du mein Tier in der Hand! Der war mir gefahren! Aua! 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 Ich hab Tourétt! Aua! 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 Da fragt man sich warum Sie uns als Idioten bezeichnen! Aua! 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 Hau! 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 Soll ich den Knallertippen züge den Knallert? Den Knallert! Leute, lass das mal bitte! Wie wollt ihr eigentlich hin, Alter? Ja, die mag ich! Die lass mal gut! Ausgerechnet die magst du, du Arschloch! Ja, wenn dir zwei Häuser davor, die mag ich nicht! Aber die mag ich gerade! Aber ihr wisst, den besten Spruch habt ihr ja auch nicht mitgekriegt gerade, ne? Ja, das ist cool, Alter! Ey! Jetzt könnt ihr die Bände kriegen, die Schauer auslachen! Ganz genau! Ich hab den Schittlinger, aber er rief gerade, Ja, Arschloch, ich hab Tourette! Ja, das ist echt wirklich! Das ist doch was Tourette ist, Alter! Ja, ich verrisse! Okay! Auf wieder Quatsch! Ja! Bier! Das erste Bier ist tot! Ich hab das nicht! Merkt euch das! Eine Premiere, Mann! Muss ich aufzeichnen, hier! Das war das Bike! Nein, mach das! Das muss ich genießen, das war nicht ich! Das ist nicht kaputt gegangen! Ich hab nur gesprungen, jetzt hast du abgeholt! Du bist schuld! Du bist schuld! Das ist Alkohol! Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn du Plastikbecher nimmst! Ich wollte doch nicht der Erste sein, Mann! Das Idee ist tot, das war der Erste! Nein! Mann, die scheiß Kameras, du Hure! Nein, mach ich nicht! Das muss ich fehlen, Mann! Das ist ein Rekord! Ey, du warst ja, du warst trotzdem irgendwie! Okay, Alter, bei drei machen wir's, okay? Okay! Und dann auch gleich danach kaputt rufen! Ja! Eins, Zwei, drei! Kaputtttt! Geil! Voll! Feuer lebe hier, Alter! Ich hab was hingeflogen, du Arschloch! Bist ein Arschloch! Mühe doch egal! Wir haben das auch fast aus Versehen gewonnen. Aber nur fast! Ey du Arsch! Ja du Arsch! Du warst gefrort, du Arsch! Ich bin gleich mal auf der hinten Arsch! Du warst gefrort? Ja, hast du! Die Lichter hier, furchtbar! Das ist ja ekelhaft, die LEDs da oben. Ja, die Fliegel! Das ist schallzucker! Ich hab immer zu schreien! Bei dir Pinkelz, also! Ey, Junge! Du Pinkelz! Das war arg wie, Mann! Ich habe ein Glas aus der Tasche! Oh, nee! Es sind nur noch Glas! Es sind nur noch Spitter drinne! Arkei, du Pinkelz gerade noch raus! Ja, das fällt nicht auf uns, Alter! Es hat nicht geknallt! Äh, nicht so leid! Ja, toll! Das war das letzte Bier aus! Ja, haltest du doch, wirklich! Nee! Tut mir leid, Aschi! Ich hab dich geknallt! Ich hab's gehört! Ich hab mich geknallt, hier! Arschloch! Alter! Alter, hier riecht's wie eingepisst gerade! Ja, das riecht wie wir heute! Warte, ich mach mal nicht hier! Hauptsache, das kommt jetzt nicht alles auf die Straße! Die ganzen... Äh... Da ist doch mal ein ganzes! Ich glaub, die Tasche können wir dann weg! Eins haben wir noch! Kaputt! Kaputt! Eins, zwei, drei! Kaputt! Okay! 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 Aber erlaubt es wegschmeißen! Sofort! Nee, nicht hier in die Natur! Schade! Ja! 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 Ich hab' ein Auto! Jörg's kurz! Du! Jan! Jan! Ah, küsst euch endlich! Jörg's kurz! Jörg's kurz! Ja! Auf jeden Fall! Kommt noch was! Kommt noch was! Kommt was? Nee, kommt nix! War'n Spaß! Kommt doch was! Zu spät! 44-Donner! Haha, genau! Am Sonntag vor allem. Feinste Notrad. Wir wollen der Lifestyle. Tschau. Ist nicht der Benzin, ist normal. Ist kein Vorkommen, ja. Irgendeine Tür ist auf. Meine ist nicht offen. Ja, meine war offen. Schon wieder deine. Wie immer. Und auf der Hinterstelle. Ist 80 erlaubt, warum wärst du die nicht? Ja? 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 Bolin!